Ja, meine Damen und Herren, dann begrüße ich Sie zur Veranstaltung Die Schätze der UB im Rahmen der Reihe Coffee Lectures, die wir hier immer mittwochs von 14 Uhr bis 14.15 Uhr anbieten. Herzlich willkommen, dass Sie Interesse haben, jetzt ein paar kleine Dinge über unsere historischen Bestände zu erfahren. Wenn Sie sehen, Schätze der UB, da habe ich ein Bild vorbereitet, das vielleicht so ein bisschen diesen Schatzeffekt auslöst. Das sind hier diese Goldmünzen, Silbermünzen, Bronzemünzen. Das ist einer der alten Bestände, die wir haben. Das ist die Münzsammlung. Es ist nicht die Münzsammlung der UB, sondern die Münzsammlung der Universität mit über 2000 Münzen, die aber auch in der UB aufbewahrt wird und vom Archäologischen Institut hier betreut wird. Ja, was haben wir eigentlich? Wenn Sie hören, Schätze der UB, was glauben Sie, was so eine UB, wie wir haben? Die UB ist älter, als Sie das vielleicht denken. Die UB ist im Jahr 1612 gegründet worden. Und seit diesem Gründungsjahr hat die UB Bände Bücher gesammelt. Und die wirklich wertvollen davon befinden sich bis heute in der Universitätsbibliothek. Aus dem Grund, weil sie im Zweiten Weltkrieg ausgelagert waren. Alle Bände bis ungefähr zum Jahr 1600 wurden ausgelagert, auf verschiedene Orte um Gießen herum, in Pfarrhäusern, in Kirchtürmern. Und deshalb sind diese Bände auch heute noch erhalten, während die eigentliche UB, die Sie vielleicht kennen, in der Bismarckstraße, da steht heute die sogenannte alte UB, aber es gab noch eine alte UB vor der, die ist am 6. Dezember 1944 zerstört worden und der Magazinbau relativ vollständig abgebrannt und alle dort noch aufbewahrten Bücher sind verloren gegangen. Heute sind unsere wertvollen Stücke gut aufbewahrt. Wir haben einen begehbaren Tresor im Haus, der ist klimatisiert, der hat relativ gute Aufbewahrungsbedingungen, es ist konstant kalt, es ist konstant feucht. Und im Rahmen oder in der Nähe dieses Tresores ist ein Sonderlesesaal, wo Sie diese Bestände auch benutzen können. Sie können sie benutzen, wenn Sie besondere Forschungsinteressen haben. Wir können nicht für jeden diese Sammlungen zugänglich machen. Das wäre für die Objekte nicht so schön, dann würden die kaputt gehen. Also wenn jeden Tag jemand kommt und sagt, ich würde aber unbedingt mal diese Lutherbibel sehen, dann würde das auseinanderbrechen. Aber wenn Sie bestimmte Forschungsinteressen haben, innerhalb Ihrer Semesterarbeiten oder im Rahmen von Seminaren und Abschlussarbeiten, können Sie das gerne benutzen. Und auch ein größerer Teil dieser historischen Bestände ist schon digitalisiert. Der kann also im Netz angesehen werden. Ich zeige Ihnen aber noch, wo das geht. Jetzt habe ich mal eine, ich muss die Maus benutzen, eine Frage an die Runde, die hier ist. Was ist denn das Älteste, was vermuten Sie, was das Älteste ist, was sich in der UB befindet? Das älteste Objekt in der UB sind 46 asyrische Kaltschrifttafeln, die ungefähr um das Jahr 1800 vor Christus entstanden sind, also vor unserer Zeitrechnung, und in der Osttürkei, im heutigen Anatolien, in Kanes, Kültepe, gefunden worden sind. Die sind 1929 von der Gießener Hochschulgesellschaft angekauft worden. Die haben wir heute noch in der UB, sind alle digitalisiert. Können Sie, wenn Sie Asyrologe sind, auch benutzen? Ich bin es nicht, ich kann das nicht lesen, aber ich weiß, wo ich nachlesen kann, was draufsteht. Was gibt es noch, außer diesen asyrischen Kaltschrifttafeln? Wir haben in der Bibliothek über 2300 antike Papyri. Was das ist, hoffe ich, wissen Sie vielleicht. Das sind Stücke aus der Antike, auf so einem Faserpapier in Rollen aufbewahrt. Bei uns ist es meistens eher ein bisschen kaputt und fragmentarisch. Und 550 beschriebene antike Tonschaben, die sind so mit einer Rußtinte beschrieben, heißen Ostraka. Und ja, was ein wirklich großer Bestand bei uns ist, sind 2700 Handschriften, also handgeschriebene Bücher und Briefe aus dem 9. Jahrhundert, also aus der Karolinger Zeit bis in unsere Gegenwart. Da sind auch Tagebücher und Vorlesungsmitschriften drin. Und 450 davon sind aus dem Mittelalter. Dann haben wir 112 Nachlässe. Das sind die Überbleibsel oder das, was Professoren noch an Papieren, Konzepten aufbewahrt haben. 112 Nachlässe haben wir im Haus. 900 Drucke aus der Gutenbergzeit. Das sind sogenannte Inkunabeln. Das sind nicht ganz 900. In mehreren, in über 500 Bänden. Sehr, sehr schöne Illustrationen sind dabei. Und nach der Gutenbergzeit haben wir noch etwa über 10.000 alte Drucke. 10.000, muss man sagen, aus der Zeit 1501 und folgende. Ja, wir haben historische Bilddokumente, wir haben ein Bildarchiv, also sehr viele alte Fotografien. Und wir haben Sammlungen wie die Münzen, die Kartensammlungen. Und da sind Karten des 17., 18. und 19. Jahrhunderts drin. Und eine Zahl von mehreren hundert Dissertationen. Die Universität Gießen ist 1607 gegründet worden. Und aus dieser frühen Zeit gibt es auch sehr viele Doktorarbeiten. Wenn Sie heute eine Doktorarbeit schreiben, dann schreiben Sie 300, 400 Seiten in Geisteswissenschaften. Damals sind das 10 Seiten. Die haben sich kurz verteiligt, zack, Doktor und weg. Also so schnell geht das heute nicht mehr. Ich habe Ihnen jetzt ein paar Sachen mitgebracht. Und natürlich im Moment das bekannteste Stück, was wir in der Bibliothek haben, ist unser UNESCO-Weltdokumentenerbe, das gerade Ende Oktober, Anfang November als solches erklärt worden ist. Die sogenannte Constitutio Antoniniana. Das ist ein Papyrus, der ist im Jahr 215 geschrieben worden und enthält einen Erlass des römischen Kaisers Caracalla, indem er allen freien Bürgern des römischen Reiches das Bürgerrecht verleiht. Der Erlass ist aus dem Jahr 212, 2013. Der Papyrus selber aber aus dem Jahr 215. Der Kaiser hat dann mehrere Erlasse zusammenfassen lassen auf Rollpapyrus, so wie eine Gesetzesanordnung, hat die an seine Beamten in die Provinz geschickt. Und die wirkliche Constitutio Antoniniano, also der Text mit dieser Bürgerrechtsverleihung, ist hier. Hier sind noch zwei andere Erlasse drauf, aber der wirkliche Teil ist der, der es am meisten erwischt hat. Das ist ein Fraß- und Schimmelschaden, den der Papyrus leider auch hat. Das ist hier, dieses Stück. Wir haben das inzwischen im Internet stehen, da können Sie es sich noch mal in einer größeren Aufnahme angucken. Was haben wir noch? Ich gehe jetzt einfach mal ein paar Stücke durch, die wir haben, dass Sie mal so eine Idee bekommen. Eines unserer wertvollsten Stücke der mittelalterlichen Handschriften ist eine Handschrift des Iwein, des Hartmann von Aue. Hartmann von Aue ist ein Dichter des Mittelalters, der noch mehr geschrieben hat. Das sind Gedichte vom Arthushof, da reiten immer Ritter rum und da leben Abenteuer, schlagen sich und kommen irgendwann hinterher wieder am Hof und werden ausgezeichnet für das, was wir erlebt haben. Und da haben wir eine der beiden ältesten Handschriften, die weltweit erhalten sind, aus dem zweiten Viertel des 13. Jahrhunderts. Es ist angeblich sogar die wichtigste Handschrift. Sie sehen, wie groß und schön das ist. In Wirklichkeit ist das Objekt ganz klein, gerade mal zwölf Zentimeter etwa hoch. Der Besitz einer wahrscheinlich adeligen Dame, die mit diesem Epos durch die Gegend geritten ist und hat sich daraus vorlesen lassen, oder selber daraus gelesen. Das ist einer der beiden wertvollsten Handschriften, die wir haben. Dann habe ich Ihnen mal ein Bild mitgebracht aus neueren Handschriften. Also Handschriften hören nicht auf mit der Erfindung des Buchdrucks. Wir haben über 80 sogenannte Stammbücher. Stammbücher sind Poesiealben des 17., 18., 19. Jahrhunderts. Da haben die Studenten Einträge ihrer Professoren und ihrer Kommilitonen gesammelt und sind dann wieder an eine andere Uni gegangen, haben weitergesammelt. Und in einem dieser Stammbücher haben wir hier eine sehr schöne Aufnahme von Gießen am Ende des 18. Jahrhunderts. Da kriegen Sie mal einen Eindruck, wie es hier ausgesehen hat. Und Gießen vor der Zerstörung. Sie haben hier die Festungsanlage. Hier ungefähr ist heute das Stadttheater. Das ist ja das Zugangstor da. Die Stadtkirche erkennt man noch. Hier hinten ist das Zeughaus. Das ist hier. Das ist das Kollegiengebäude. Da ist ja heute der Botanische Garten. Das ist also nicht mehr existent. Und das hier mit dem Türmchen ist das alte Schloss. Das gibt es heute auch noch. Und hier vorne ist das Rathaus. Also die wesentlichen Gebäude erkennt man noch deutlich. Die Burgen hinten erkennt man auch. Dieses Gebäude ist unten die Gabelung zwischen der Grünberger Straße und der Licher Straße. Und das hier ist die Kapelle auf dem Alten Friedhof. Also haben Sie mal so einen Eindruck, wie Gießen ausgesehen ist. Und da können Sie auch sehen, was diese alten Handschriften für Informationen über Gießen in der Zeit beinhalten. Eine Inkunabel habe ich Ihnen kurz mitgebracht, wenn man so will. Es ist eine Inkunabel, die ist in der Gutenberg-Werkstatt gedruckt worden. Allerdings nicht mehr, als Gutenberg noch in der Werkstatt war. Sondern Gutenberg ist mit seiner Bibel pleite gegangen. Und sein Werkstattleiter und Financier Fust haben die Werkstatt übernommen. Und dann haben Sie gleich gesagt, die Gutenberg-Bibel war zu teuer. Die hat sich nicht verkauft. Also machen wir eine billigere Ausgabe. Haben aber den Satz, den Druckspiegel der Gutenberg-Bibel übernommen. Und haben das ganze Stück einfach etwas kleiner nachgedruckt. Das ist die sogenannte Fust-Bibel von 1462. Und die haben wir mit diesen wunderschönen Illustrationen heute noch im Haus. Die ist jetzt nicht so selten. Da gibt es auch über 80 Exemplare noch weltweit. Aber es ist wunderschön. Und wegen dieser Illustrationen kommen immer wieder Forscher zu uns ins Haus, um sich das Stück anzuschauen. Historische Bilddokumente. Wir haben eine Bilddatenbank und ein Bildarchiv mit allen Fotos, die wir irgendwie mal in die Hände bekommen. Die werden gescannt und in die Bilddatenbank eingestellt. Die ist auch online. Und ich habe Ihnen mal mitgebracht ein Bild dieser alten Universitätsbibliothek, die im Jahr 1907 gebaut worden ist. Oder sogar 1906. Im Rahmen des 300-jährigen Universitätsjubiläums hat der Großherzog in Darmstadt Gießen diese Bibliothek finanziert. Und das ist jetzt eine Aufnahme. Die sieht ungefähr so aus, wenn Sie heute in die alte UB gehen, ist hier der Eingang. Dann sind die Drehtüren. Hier ist der Turm. Und hier vorne ist dieser Seitengebau. Also es ist ungefähr die Perspektive, die Sie heute noch haben, wenn Sie die alte UB betreten. Es gibt noch eine sehr schöne Portalansicht von vorne. Die habe ich aber jetzt mal mit Absicht weggelassen. Sie sehen, hier fahren noch Kutschen rum. Das sind noch Pferde davor. Keine Autos. Dieses Gebäude hier hinten steht noch. Hier ist heute die Liebig-Schule. Und Sie sehen einen ganz modernen Magazinbau gehalten in Jugendstil mit Stahlträgeranlagen. Und hier vorne, hier oben, diese großen Fenster sind der Lesesaal. Auf der anderen Seite auch Gießen hatte 500, 600 Studenten. Dafür hat die Bibliothek wunderbar gereicht. Heute würde das nicht mehr gehen. Aber Sie sehen, wie schön auch dieses Gebäude war. Und sein Problem war, dass es eine ganz Trägerstahl, Regalanlage hatte, als der Bibliotheksplan gebrannt hat, 1945 oder 1944, ist dieses ganze Magazin von oben nach unten verglüht. Und hat die Bücher mit verbrennen lassen. Jetzt sind wir auch schon im Grunde am Ende. Ich habe Ihnen einfach nur diese Bilder mal gezeigt, damit Sie sehen, was für ein Potenzial da ist. Und ich zeige Ihnen jetzt mal, wo Sie mehr über unsere Sammlungen erfahren können. Natürlich können Sie, wenn Sie ein Stück sehen wollen, in den Sonderlesesaal kommen und für Ihre Forschung, Ihre Semesterarbeiten benutzen. Aber es gibt zwei schöne Sucheinstiege, die wir haben. Der eine ist die Sammlungswebseite der UB. Die mache ich jetzt mal auf. Ich hoffe, dass ich den Link aufkriege. Und zwar ist das unsere Sammlungsseite. Und wenn Sie über Bibliothekssystemen über uns gehen, dann finden Sie die Startseite. Hier haben Sie auch nochmal die unterschiedlichen Sammlungen zusammen. Die Handschriften, die Papyrus-Sammlungen, Nachlässe, Inkunabeln, alte Drucke. Und unser Bildarchiv hier unten mit den historischen Ansichten. Der andere Weg, jetzt muss ich hier die PowerPoint-Folien wiederfinden, den Sie haben, sind unsere digitalisierten Sammlungen. Unsere digitalen Gießener Sammlungen. Da haben wir hier die Startseite. Wir ziehen im Moment auf eine andere Präsentationsplattform um. Deshalb ist hier gar nicht alles drin, was wir digitalisiert haben. Aber hier können Sie Handschriften, Urkunden, Inkunabeln sich auch nochmal in Ruhe anschauen. Ich gehe jetzt einfach mal auf die Handschriften. Wir haben hier über 100 mittelalterliche Handschriften schon eingestellt. Auch eine sehr, sehr schöne Handschrift ist die Handschrift 232, das sogenannte Gießener Droja-Buch. Das ist eine Handschrift, die ist im Elsass im späten 15. Jahrhundert entstanden, mit sehr, sehr vielen Illustrationen zum Trojanischen Krieg. Es ist ein deutschsprachiger Text. Es ist eigentlich eine auf Masse produzierte Handschrift mit wunderschönen Darstellungen von Rittern, die, ja, Aventüren, Abenteuer erleben. Und diese Handschrift ist auch immer mal wieder für Ausstellungen angefragt. Also diese beiden Wege haben Sie sehr schnell auch mal einen Zugang zu unserem Angebot in den historischen Beständen zu finden. Und damit bin ich mit einer Viertelstunde auch schon am Ende meiner Coffee Lecture angehört und bedanke mich für Ihr Interesse. Vielen Dank.